So Leute, damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge WRECKFAST! Leute, beginnen wir mal direkt mit dem Deathmatch! Wie immer mit den üblich Verdächtigen, dem Juli, dem Leon, dem Erik, dem Fremi, Tomade! Hallo! Hab ich schon vergessen! Oh, Juli ist schon demoliert! Ja, ich bin ja noch nicht bereit! Boah! Boah, Frems! Hallo, Frems! Du auch! Weißt du, die Autos entscheiden sich direkt erstmal in Kreis zu fahren! Hallo, Frems! Das hat auch er gemacht! Danke, Fremi! Nein! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Nein! Oh, um einen Millimeter einen Kill verpasst! Nee, als wenn der immer noch lebt! Mein Kill! nachher hin schon wieder um millimetern das gibt's doch nicht danke leon was man kann respawnen das ist jetzt so eine runde wo es einfach nur drum geht ja ja ich konnte mich gerade auf weg zu rennen von allen kals zu fragen warum warum krasse ich immer ein millimeter an den geht's vorbei die sonne ich habe prämie auch schon mal zeitlich genommen ja ich habe von vorne da kommt schulow hinter mir her gesucht das macht ja mal kurz jemand demolieren bin in der mitte ja ich weiß nicht was ich noch schon ich muss dich erst mal finden ich bin demoliert ich krieg aber ich die kids nicht spät ne ich bin ein extrap auf 1 hp ja und dann kommt er hinter mir und macht Juli tot was kann es eigentlich bei Juli ich wollte jetzt gerade auf Erik gehen da hast Erik gerade gerettet ja bitte sehr Harry 2 20 tonnen auto wiegt zwei tonnen der auto 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 berührt mich nicht fliegt um ist er sollte man unterricht besuchen wieso das hat mich berührt berührt und ich bin umgefallen ja weißt du die Berührung Juli wird kalt bis sie getargetet weißt du vorleeren wo bist du wieder weg aufreims aufreims sonst kriegst du noch ein kid auf deinem dach alter nein man dieser huren fix scheiß tricks und vorlau ich bin gut als ich mit Tastatur fahre ja das ist noch viel geil ich möchte festhalten ich bin fünfter ne obwohl ich eigentlich hauptsächlich nix mache was willst du festhalten bei mir ist das spieler gestürzt Juli du nehmst schon auf oder er geht aber auf stimmt boah ey also auto 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 bus bus nicht zufrieden auto 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 bus no 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 einer nö so auf das Dänen wir haben ja zwei Arten aber sie sind auch so vollklar aber gegen knebeln hallo ach Leute schmeißt doch mich nicht immer um Mann au mein Heck wo ist Juli es war feuer erig ich bin nicht immer zu verfeuern Juli was ist das denn jetzt schon wieder für den Superheld ich weiß mich doch nicht mal um Mann das sind so viele mit Lowlife das sind so viele mit Lowlife RECKFK ja 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 gibt's ja gibt's mir yes hallo RECKFK kommst du auch nochmal kommst du auch nochmal jetzt über deine AP ich fick im Spal na Juli kannst du bitte auch mal anderen Schirm alter RECKFKFK nicht dein ernst du kommst doch jetzt nicht ernsthaft auf die Idee auf dem falschen Schirm zu starten auf dem falschen Schirm Drecksspiel ey warum spielen wir das eigentlich James ja das ist mein alter Leute man jetzt Erik lol doute auto 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 bett also ich glaube autos wenn die echt besser dran seht ihr muss noch sein Erik through the modыш was ist das denn jetzt für ein Müll was soll das warum startete spiel jetzt auf dem anderen schirm kann es in einstellen einstellen nein nein ich bin dritter ich bin dritter ich habe ich habe zwei minuten danach angefangen siehst du mal wie stark wir waren ich bin knapp drei minuten im kreis gefahren besser gemacht also ich kann hier keinen monitor aufsehen ich kann nur sagen folge ich bin so scheiße man ich bin neuer superheld nico ja ja Ja, du kannst dich selber rausfuhren. Wow. Oh, Nico, das wird schlecht nicht rausgehen. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, der El Capitan hat sich da sein Ding da. Hi, Nico. Hi. Der El Capitano, der cheatet. Mit seinem Auto. Hatte nie. Alter. Boah. 80 minus 7. Hi, Nico. Sorry, Nico. Ich habe auf einen Schlag 87 KP verloren gehabt. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich möchte hier gerne noch fahren. Jetzt. Alles auf Juli. Hallo, willkommen. Geht es nicht? Hey, Leon. Weg mit dir, Leon. Okay, tschüss. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. So, demoliert. Alter, Fremdi, was hast du? Ja, ein Bugziller. Wo hast du das her? Hallo, 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 hallo. Der ist verbuggt. Was für ein Bugziller? Ja, halt, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mir letztens ein paar DLCs gekauft. Ja, du! Boah, ich glaube, ich habe mir auch ein DLCs gekauft. Boah! Ich wollte auf den, wollte auf den. Ich glaube, ich habe mir, ich glaube, ich habe mir DLCs gekauft. Ich kaufe. Dich. Jaaa! sometimes aaa! Au! Oh, hey Niko. Au-! dwb! Das wäre überhaupt nicht eine gute Idee gewesen! Ja ovliche 일본er, der der nachrüstetw meint. Jaa! Hahaha! Lekw! 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 P我們的 Theño Как?! hier oben sind so viele mit nur ganz wenig leben ja ja erik hat sich selber demoliert ja richtig keine ahnung was ist da denn jetzt los alter juli gehalte wo nicht mein ernst ich drück ein bus in die leise wirklich mit dem weg erik ich würde es aber nicht alle kills immer weggenommen ich habe gerade den bus wie als hilfe genommen dass benni hallo wir haben uns gegenseitig demoliert ich habe wieder mit einem das war spektakulär wenig hallo 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 was macht die kamera 50 ich habe kratzer glaube ich dann hat einer feder einer pgp weg da weg da hallo 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 ha kriegt man jetzt hier echt mehr schaden kommt mir nicht so ich will nicht mehr schaden auswertwertwertwertwertwertwert kann lkw danke bitte das gute ist nicht für euch jetzt ich habe schon auf dem screbschelten dabei waren warum na juli juli auf den sack au du bist im kopf ja ja Ja. Hallo, Danny. Nico! Da! Oh, Primi! Nein! Danke, Nico. Halt, Malle. Mann! Danke für die Vorbe. Ey, die Runde ist echt gut hier. Nein, die ist höchst-scheiße. Na ja! Das ist sowas von scheiße, ey. Die ist saugut! Halt, Malle. Zum Kotzen! Das Problem mit meinem Fahrzeug ist, dass das nicht sehr gut gepanzert ist. Das Problem mit meinem Fahrzeug ist, dass ich absolut keine Kontrolle habe, wobei ich einmal gecrashed werde. Ich bin mit beidem Abstand, glaube ich, Erster. Erst? Ich bin Rechtscenter. Erst? Wie viele? 15! Wie viele Punkte? 5000! Oder 1.000 Punkte. 1.300! Warum treffe ich immer die Leichen nur? Komm, komm, komm! Natürlich, dass ich komm, komm, komm! Komm, 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 komm! die map ist scheiße die map ist mega mega scheiße schon wieder schon wieder hoch zwei ich habe so viele unter gemacht es war eine saugude runde war das 12 16 ich habe mich nicht mehr schaden gibt das war's für diese folge recht fest schalt auch beim nächsten mal wieder rein bis dahin ja